In einer Welt, wo zwei Brüder für Recht und Unordnung sorgen. Ja, in dieser Welt sind wir wieder. Ja, ich sage dir, das ist ganz kurz und knackig. Ja, Leute, die Challenge läuft mal, schreibt mir, was ich auf meinen Pulli tun soll. Den Tee, 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 Achtung, Tee, Tee. Ich habe Eisen, Axt, Eisenschuhe, eine Eisende Pilzsuppe. Ich habe es umgekehrt gemacht. Und wo ist einfach mal der First Kill, Alter. Nach links, nach links. Ich bin super ausgerüstet, meiner Meinung nach. Das sind zwei Kisten, hole ich mir. Ja, ich gehe weiter runter. First Kill. Ich habe ein Schwert für dich, wo bist du? Ich habe auch ein Schwert, ich habe einen Kompass. Hast du ein gutes Schwert? Okay, ich habe nur ein schlechtes Schwert, komm. Ich auch. Können die anderen haben, die freuen sich drüber. Ich habe Schuhe, nein, du brauchst keine Schuhe. Nope. Wir haben die gleichen Schuhe da rum. Ich komme hier rechts runter. Wir brauchen aber noch ein bisschen Rüstung. Ja, warte mal, ich gehe in das Feld rein. Das sind zwei, drei Kisten. Die hole ich mir doch mal. So, Leute, eine gute Runde, eine lustige Runde schon. Anfang an. Gucken wir mal, ich bin voll ausgerüstet. Oh, da oben sind ein paar Pfeiten. Oh, der eine ist gut ausgerüstet. Oh, der. Ich gehe zu dir. Will ich, bin dabei. Warte, ich komme gerade hoch. Na, ich komme gerade hoch. Ich war hinter dir. Ich bin bei... Ach so. Ja. Ha. Okay, nee. Oben, schau mal. Da auf der Seite. Die kommen gleich runter. Die holen wir uns. Komm. Die feiten doch oder sonst was. Die holen wir uns. Da hoch. Bist du dabei? Ja, 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 ja. So, wo sind sie? Meinst du, sind die runter oder geradeaus? Ich glaube geradeaus. Oh, Steinsberg. Geil. Wo sind sie? Weißt du es? Wo bist du? Nice. Immer noch bei der Village da. Ich bin nicht runter. Ich bin auch noch hier. Warte, ich bin in der Mitte von der Village jetzt. Ach, ja, hier. Hi. Hinter dir. Hi. Okay. So, komm. Jo, jo. Ähm, wohin gehen wir? Sie haben das da safe nicht gelootet, wenn die einfach vorbei sind. Wenn wir ein Eisen noch hätten, dann könnten wir ein Eisenschwert bauen. Also ich habe nämlich ein Eisen noch. Zusätzlich. Ach, du weißt, was mir gar nicht aufgefallen ist. Komm mal zu mir her. Warte, ich komme. Ich muss nochmal hoch. Oder komm, du runter. Wo bist du eigentlich? Nicht? Bin unten. Bist du? Hä? Bin weiter unten. Bin unten? Ja, okay, da. Nee, bist du das? Nee, das bist nicht du. Da ist ein Diamond, der kommt gerade hoch. Wo hoch? Bin bei der Village. Ja, wo wir in der Village waren die ganze Zeit, Junge. Ja, hier. Hi, ich bin da. Ja, also, da bist du doch nicht unten. Ja, ich war unten, doch. Ja, also. Mann, 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 Trieber, Trieber. Mach mir nicht. Ich brawler dich. Ab ihn. So, es ist erledigt. Gut. Was ist dir denn aufgefallen? Ähm, hier. Ich hab doch einen Kompass. Wir suchen jetzt ein paar Diener. Mir ist auch was aufgefallen. Hier. Und los! Was? Ja, ich hab auch was gedroppt. Außerdem, warte. Ich hab schon eine, aber danke. Okay. Ja, dann will ich sie wieder. Geht's geht's hier hoch? Tatsächlich. Ach, das ist dieser Eingang. Okay. 92 Blöcke in die Richtung. Das ist der Eingang. Geil. Komm. Ja, ich sag ja dir, dass der Eingang kommt. Da warten die hier. Die sind gerade runter. Da kommen auch wahrscheinlich rein, oder? Genau beim Eingang. Nee. Ups. Gott sei Dank nicht. Ich stehe beim Eingang. Ja, ich komm. Ja. Check du die hintere Lage. Schau hoch. Ich schau runter, okay? Okay. Falls jemand kommt, werf ich ein TNT. Weil das checkt sich sicher ab. Ja, wir können ja gucken. Wir können ja gucken. Ich will auf jeden Fall den Biegen, Alter. Ich brauche unbedingt bessere Rüste. Ich hab nur Leder-Scheiße. Und ein bisschen Gold. Rüste bin ich richtig low, Alter. Du, meine Schuhe sind nicht gut. Kommt nichts. Oh, doch, da kommt einer. Da kommt zwei. Ja. Ich... Komm, wir gehen raus. Komm zurück, komm zurück. Ich will den rein rollern. TNT. Okay, wie? Kommt schon. Jawohl. Hawaii mit dem TNT. Nein, mit dem TNT. Ist das nur Eisen drin gewesen? Also Eisen, Schuhe und so. Ich bin hinter dem. Dreh dich um, wir machen den fertig. Zu zweit. Nice. Ich berolle ihn. Achtung. Jawohl. Nice, haben wir. Was ist noch gekommen? Warte, warte. Wir haben ein Deer, Bro. Ein Deer und ein Eisen. Warte, ich habe was für dich Besseres. Hier. Die Schuhe hast du, glaube ich, schon. Schau nochmal nach. Eine Eisenachse gebe ich dir trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob du es willst. Kannst du ja mal gucken. Ich werfe mal kurz ein bisschen Müll weg. Warte. Ich habe so viel Goldscheiße. Warte mal, war da eine Hose dabei? Ja. Okay, ist besser als eine Lederhose. Sollte ich mir eigentlich denken. 58 Blöcke. Ah, das zeigt mir die ganze Zeit die in der Mitte zeigt es mir die ganze Zeit an. Ja. Aber die will ich nicht. Also wir haben ein Eisen und ein Deer, Leute. Ein, oh. Ein Eisen und ein Deer. Wir brauchen noch von jedem eins am besten. Oder irgendwie was in die Richtung. Wir sind bis auf Hard. Nein, Hard und Sky gibt es noch. Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen runter. Wir suchen mal ein paar. Ja, track mal. Ja, genau. Das zeigt die ganze Zeit in die Mitte. Also es zeigt nur die in der Mitte an. Okay, das ist nervig. Warte mal. Was, ist der oben? Wir sehen auch noch die in der Mitte an. Oh ja, cool. 46 Blöcke. Hä, wieso kommt der runter? Ja, okay, da ist er leider. Der will uns in die Lava-Flauer. In der Mitte oben ist nochmal einer. Warte, ich brawler, weg. Jawohl, hast du, geil. Aber leider alles. Nein, war deiner. Also er ist, äh, meiner hat es anscheinend nicht gefinisht. Egal. Ich gehe hoch, in der Mitte oben war einer. Jawohl. Sieht, sieht leer aus. Ist leer. Da vorne, hab ich, sehen. Das ist Team, Team. Okay, das ist da und er hat nichts. Jawohl, geil. Warte kurz, ich gucke schnell, ob irgendwas ist. Ich gehe ein bisschen rein. So in die Ecke da. Da sieht mich keiner so schnell. Kann alles droppen. Es war leider kein scheiß Deer oder sowas dabei. Schade. Okay, bin wieder ready. Okay. War leider kein Deer oder sowas dabei. Äh, track mal. Aha. 26 Blöcke in die Richtung. Komm, der ist unten. Wir müssen jetzt einfach runter. Aber nein, warte mal, Rot ist raus. Irgendwo hier müsste er sein. Der ist genau unter uns. Ja, ja, der ist unten. Der ist in der Höhle. Wo ist der Eingang? Nee, nee, das riskieren wir nicht. Nee, schade. Nee, warte. Alle Chests werden jetzt refilled. Ich habe einen Kompass. Ihr habt nicht gehocht. Oh mein Gott, ein Eisen oder so wäre geil. Eisen oder dir, such das. Wenn wir das haben, können wir uns ein scheiß Schwert machen. Ein scheiß Schwert? Ich will aber ein gutes. Du weißt, wie ich es meine. Ich nehme mal ein Steinschwert mit. Ich weiß nicht, ob ich es benutze, aber ich nehme es mal mit. Kann nicht schaden. Da ist ein Pfeil drin. Du brauchst Pfeile, hast du einen Bogen? Ich habe Pfeile und Bogen, nein. Ich habe auch keinen Bogen, aber ganz viele Pfeile. Okay, ein Team noch blau. Ich track mal nochmal. Wir brauchen einen Chummy Table, Bro. Ja, ich weiß, aber wo? Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist unten, oder? Ja, komm, wir suchen jetzt. Das ist natürlich geil. Also, komm. Geh mal runter. Warte mal, irgendwo hier kommt ein Beacon. Warte, da rechts, 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 rechts. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier, vier ist genau hier, Alter. Ja gut, Alter, den holen wir uns, komm. Wenn da irgendwo, da ist sicher ein Tier oder sowas drin, komm schon. Ja, hoffen wir es. Da kommen wieder alle, da kommen wieder alle aus dem Verstecken. Typisch. Guck nach oben ein bisschen. Wir schauen einfach mal. Das Beacon. Ja, ähm, aber den darf jetzt ich holen. Ja, 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 klar, klar. Du hast ja letztes Mal das TT gemacht. Oh, und darum. Das wäre eine Working Bench. Also, ich habe noch ein TNT, falls jemand kommen sollte. 66 Blöcke, er hat sich entfernt also. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass ich habe dreimal Kompass, ein Sia, immer noch ein Eisen, komm schon, das kann doch nicht sein. Hopp, 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 hopp. Okay, er kommt. Uh! Guck ein bisschen. Hol ihn dir. Hab ihn. Und was Gutes? Oh, der. Tierschwert, nice. Und nochmal Eisenschuhe. Hast du irgendeine Hose oder sowas? Wir haben beide schlechte Hose, sonst gute Rüstung, aber schlechte Hose. Ja. Hey, es ist gar kein Team mehr, der eine Blau ist auch gestorben. Er hat ihn die Wand zerquetscht. Deathmatch, nice. Jetzt hat einer Deathmatch gestartet. Ja, weil er in die Wand zerquetscht. Sonst. Also er wird in die Wand sein. In 60 Sekunden schafft man es nicht, wenn man bei der Wand ist. Jetzt nicht mehr, nein. Also, wir können ja mal oben gucken, ob Iron Man oder der INW zur Bank gestirbt. Aber sie müssen jetzt hier irgendwo in die Mitte kommen, weil jetzt kommt das Team Deathmatch, Leute, und das drängt alle hier zur Mitte. Es ist einfach noch keiner da, ja? Oh, hier in der Mitte ist auch keiner. Sind doch alle im Leben 30 Sekunden. Die müssten jetzt hier sein. Ab jetzt müssten sie auf der Brücke sein. Wo sind sie, Bro? Unten sind sie nicht. Dann sind sie wahrscheinlich in der Mitte unten drinnen. Ja, nee, unten sind sie nicht. Habe ich ja gerade gesagt. Ja, halt. Da ist leider im Eck. Ich habe den Blauen gefunden. Oh, mein Gott. Tschüss, Blau. Lag mich nicht in die Wand. Also, bitte. Deathmatch. Blau sollte jetzt down sein. Nein. Blau hat überlebt. Ach, Mann. Pilzsuppe. Nice. Ich nehme die Axt. Einfach nochmal. Achtung, TNT. Geh zurück. Geh gleich zurück. Ja, ja, ja. Und bumm. Noll. Tschüss. Leute, wie easy. Weil wir den Blauen so gehittet haben. Oh, geil. Okay, das war easy cheesy, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt auf jeden Fall auf beiden Kanälen auf Abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Jeder hat so seine eigenen kleinen Kreationen. Und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Beim Trevor oder bei mir, je nachdem, wo ihr seid. Bis zum nächsten Mal, Trevor, oder? Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Leute. Bis bald.